Ja, ich bin Ralf Friedrichs, ich bin seit 21 Jahren IT-Unternehmer aus Leidenschaft und ich bin sehr, sehr gerne Unternehmer, weil man als Unternehmer die Möglichkeit hat, am Unternehmen zu arbeiten. Das Unternehmen betrachte ich wie eine große Maschine mit ganz, ganz vielen Stellschrauben und jeder Schraube kann man ein bisschen drehen, um das Tag für Tag zu optimieren. Und als Unternehmer hat man halt die Möglichkeit, jeden Morgen selber zu entscheiden, an welcher Stellschraube optimiere ich, woran drehe ich, was kann ich jetzt besser machen. Und diese Freiheit und diese Möglichkeit, die ist wunderbar, deswegen bin ich total gerne Unternehmer. Wenn ich jemandem einen Tipp geben würde, wie fängt man an, was hätte mir vielleicht geholfen vor 21 Jahren, dann ist das größte Thema im Unternehmen immer die Mitarbeiter und das Thema Führung. und sich sehr, sehr früh mit Führung auseinanderzusetzen, wie arbeite ich mit meinen Mitarbeitern zusammen und wie unterstütze ich die am besten.